liebe schach community viertelfinale freestyle chess go challenge aus dem weißen haus da bin ich wieder viertelfinale ich hatte euch versprochen im letzten video dass ich die entscheidung kommentieren werde des duells zwischen magnus karls und alle dieser für lustscher das ging ein entire break und ich habe mir ein gast dazu geholt wie die tage davor erkennt ihr ihn großmeister rasmus warne rasmus ist einer der besten deutschen großmeister nationalspieler ist hier im weißen haus mit seinem bruder frederick was macht ihr genau für ein zwei tagen ja wir sind heute angereist wir kommen direkt von der englischen liga heute morgen flug um 7 uhr wir machen ein bisschen training mit jugendspielern leonardo costa marius deuer markus ermetsch und bennett hargner zwei tage und dann geht es auch direkt weiter zum metropa cup spielen wir ab also über morgens anreise und dann am donnerstag geht das los mit deinem bruder später auch mit europa cup das ist ja so dieses dieser wettbewerb der mitteleuropäischen länder kann man sagen ja der findet auch in deutschland statt diesmal ja deswegen spielen wir auch mit einer starken menschen weil wir das turnier zu hause gewinnen wollen du frederick wer noch matthias blöber alexander und schenken und die mitte collas und das ist ja im prinzip nationalmannschaft und wenn es sind also jetzt im moment denn es und dann sagt man nicht das zwischen bild sind von der eleber auch sehr nahe der nationalmannschaft herren deswegen ist das nicht so klar okay das ist eine fette mannschaft und er sei alle über 26 elon ist alles sehr beieinander und alle sehr starke spieler ja bevor wir anfangen möchte ich noch kurzen hinweis geben rasmus ist ich bin großer fan von rasmus street nämlich seit zwei monaten jetzt nur drei monate auf twitter er macht er seinem bruder nach frederick hat ja früher gestreamt er hat ein bisschen aufgehört jetzt so kann man das sagen ab und zu stehen dabei aber du streamst jetzt immer title tuesday immer dienstags early time bei den turnieren kann das sein ja ja ich spiele sowieso immer bei den turnieren dann hast du dir gedacht ganze ja auch ein bisschen andere turniere und ein bisschen ab und zu training und blitz so arena kings wobei das immer sehr frustrierend ist weil das turnier ziemlich schwierig ist muss ich noch schaffen aber ich finde du machst das super weil du erklärst die partie noch in aller ruhe immer zwischendurch das ist echt die ruhe weg so du regst dich auch irgendwie gar nicht auf ja ich werde lieber traurig wenn ich getötet bin manchmal ist auch die wut da erst kommt die wut und die traurige dann sehr lange ja aber irgendwie so eine wut sieht man selten bei dir nicht so über tbg der sich dann aufregt flaschen an die wand schmeißen oder sonst was man ja schön mal gucken wir mal wieder spielen title tuesday immer gespannt ja du hast mich gut im griff irgendwie habe ich gegen dich erstaunlicherweise gute chancen immer durch besser als ich sehr klar aber irgendwie häufiger dann würde sich das wahrscheinlich ganz schnell wieder verändern ja na gut so wir gehen mal zum viertelfinale über teil break teil break war zwei partien nach dem 1 1 gespielt im viertelfinale das war die einzige teil break im viertelfinale und dann gab es zwei partien rapid 15 plus 10 die bedenkzeit und wir schauen uns die zweite partie an ich will jetzt gar nicht sagen wir verraten natürlich nichts wie es ausgegangen ist auch nicht die erste partie damit so eine maximale spannung ist wir schauen uns jetzt zweite partieren wobei man sagen muss wenn wir jetzt die eröffnung sehen okay wir müssen es verraten die erste dazu auch sagen mein bruder hat die stellung aus ausgesucht also ausgelost ich hatte du hast vielleicht auch hierbei das also wir würden halt nach vorne gerufen um dieses dieses los system mit den nummern zu machen und hat darum gewählt und diese stellung ausgesucht ich habe gesagt wieso steht der springer auf h1 und so sieht ein bisschen unharmonisch aus die grundstellung ja auch mit dem könig auf dem damen fliegt das ist ja auch in der partie ein bisschen gezeigt das ist der weg zum kurzen rafale ziemlich weit hier in die richtung gut wir müssen es verraten die erste partie hatte magnus gewonnen weil es kommt jetzt eine eröffnung bei der man eigentlich schon denken kann es kann ja nicht mit rechten dingen zu gehen magnus eröffnet mit die vier normaler zugstellen bauen ins zentrum wird von der dame unterstützt öffnet die läufer diagonale sieht völlig normal aus sollte am natürlichsten sein ja und für lust ja spielt jetzt ja sechs das ist natürlich kein guter zug das macht er um so ein bisschen direkt asymmetrie rein zu bekommen in die in die in die partie ne habe ich noch nein meistens schlauer dann doch irgendwie am anfang sind symmetrische vernünftiger spielen und dann später aber d4 hier schönes zentrum läuft war sieben kommt du erzählst was super die ich mache nur die züge ja also versucht vielleicht so ein bisschen kakana durchzuspielen mit idee 6 d5 oder so was man kann hat man häufig diesen läufer auf h7 interessante finden transfer leistungen statt nur von normalen strukturen ja das problem ist der springer steht auf h8 sehr komisch zum beispiel ist halt das problem wenn man mit wenig raum spielt dann hat man häufig eine oder zwei figuren die langfristig schlecht stehen war wahrscheinlich einfach eine partie so wie sie sind deine erfahrungen mit fischer random überhaupt damit ich habe zum beispiel diese noch diese fische random wm habe ich diese online qualifier zweimal mit gespielt ich würde sagen ich bin wahrscheinlich ein bisschen schlechter im fischer random als im normalen schaff aber der unterschied ist jetzt nicht so groß ich glaube frederick ist ganz gut im fischen wenn dann wäre es verhältnismäßig wahrscheinlich ein bisschen besser als im normalen schaff und man man lernt das wahrscheinlich auch einfach mit erfahrung wenn man sehr viel spielt ok f3 stützt das zentrum e6 bereitet d5 vor und a4 das machen die auch irgendwie häufig in den fischer random partien einfach versuchen die figuren stehen alle so ein bisschen komisch und wenn man einfach raum gewinnen kann dann man halt später möglichkeiten die figuren besser hinzustellen schwarz hätte jetzt a5 spielen sollen laut engine um den bauern aufzuhalten und im prinzip das ganze zu spiegeln aber alireza spielt hier komischen zucht wenn ich läufer in sieben er will wahrscheinlich d5 vorbeweiten weil direkt d5 schlagen können und dann hängt die damen auf würde ich jetzt vermuten der witz ist die engine sagt sowas wie laufer g5 ja ja es geht sogar noch alles noch ja taktisch also es wäre wahrscheinlich besser gewesen laufer e7 ist nicht so gut weil die engine schlicht total aus hier der balken krass a5 riesen raumvorteil a6 ist eventuell eine drohung die weißen felder schwächen hier deswegen macht schwarz a6 stoppt den a bauern ok weil es bringt die bisschen die figuren ins zentrum springer f2 stützt auch e4 ja wirklich springer ins spiel springer e7 hier springer d3 ja relativ logisch also versucht wahrscheinlich c5 zu verhindern oder weiß ich nicht ob das die schwarze idee war aber generell nicht so schlecht kontrolle zu haben springer 6 ist ein bisschen aufreizen er kämpft zu wenig gegen das weiße zentrum ja er sollte wahrscheinlich versuchen mehr raum zu kriegen mit f5 hier wahrscheinlich schwer also jetzt kann der springer halt auch irgendwann rauskommen über 7 eventuell f5 g5 mit solchen ideen man muss halt irgendwann irgendwelche bauern nach vorne ziehen uns haben halt hauptsächlich springer keinen platz gute tipps hier also ich weiß nicht ob gute tipps von mir kam es ist so die theorie die ich habe das so ein paar bauern sieben was auch in dem spiel habe ich schon mal gehört bauern sieben ist gut kars macht das ja maximal er versucht so viel raum zu kriegen wir auch kriegen kann für all seinen figuren und sieht dann auch schnell das ziel weißen figuren wesentlich mehr zur stellung beitragen springer die sechs ja bringt den springer spieler so richtig gut stehen die da auch nicht mehr als eingesperrt fürchterlich läufer a4 konkret hier jetzt hätte ich c6 erwartet hier aber er will das feld b6 noch nicht schwächen irgendwie aber naja ich habe damit die arten dame e2 bringt die dame ins spiel springer 5 droht jetzt hier so ein bisschen was zu tauschen weil es verhindert dass mit g3 das ist simpel ja jetzt doch c6 müssen zeit verloren darum ja wir wahrscheinlich jetzt die damen ziehen und kurz vor vier ist wahrscheinlich die idee was jetzt was in anderen plan zu finden mit schwarzen ja zur rochade ist natürlich witzig na also wenn weiß jetzt mal 252 spielt damit die sieben um das zu demonstrieren kann weiß hier hoch hier ja ich hatte auch überlegt das ist vielleicht ein bisschen die dame e2 auch gewesen dass man den aber ist lustig dass der könig über das ganze brett ruhig ja ja schwupps aber man kann ja gar nicht lang auch hier doch man kann den tun er muss den torm weg und dann kannst du mit dem anderen genau man müsste den turm wegziehen und dann hier so hochieren c1 d1 genau aber wir hatten jetzt weil spielte nicht läuft zwei spielte hier laufer c2 zurück sehr sehr stabil hier er braucht ja auch nur remien nicht dass man hier auch von mir spielen müsste bei so einer super stelle aber ja aber die kommen die kommen in zeit und da wird noch eine menge passieren jetzt nicht zum beispiel raus und die bewertungen droppt ein bisschen runter wollte hier ein bisschen vereinfachen schlagen schlagen springer e5 droht f7 hier dachte wahrscheinlich dass schwarz konkret probleme hat mit den ganzen sachen und dass er auch auf d5 manchmal tauschen kann und dann ist die struktur symmetrisch und grundsätzlich ja und was macht alle reser jetzt den springer zurück das sieht natürlich super super hässlich aus mit dem springer da hinten aber was er sonst machen können wenn er nimmt hier auf e5 d5 springer laufer c2 natürlich tun c2 und springer die sieben das wäre wahrscheinlich tacken besser gewesen ja jetzt kann man auch die fünf und hier nehmen ja so gleich ist das gar nicht ja stimmt das ist nicht leicht ist weil die struktur sieht normalerweise gut aus aber man könnte auch mit den figuren jetzt raus springer c5 damals schwarz bekommt ein bisschen platz für seine figuren halten das war nicht so oder ansonsten dc4 wäre vielleicht auch möglich was hier noch also hatte ich zumindest überlegen moment so schlagen und springer b6 dann gibt es das problem hier springer d5 eine idee ja kann man wahrscheinlich einfach auf f7 schlagen und zurückgehen f7 beim bauern mitnehmen und schwarz hat immer noch immer noch probleme mit der königsstellung und so ja er zog den springer zurück witzig da sollte er wieder hin ja ab nach f8 laufer 7 jetzt tauscht er hier springer 7 das natürlich das habe ich gesehen aber ich live im pressezentrum also geile stellung mit den springern hier das tut schon weh das tut schon weh cd5 jetzt tauscht ein bisschen was eben wie du sagst er will vereinfachen tauscht bauern tauscht die türme hier ist natürlich immer noch mega springer b3 verbessert den springer der guckt hier rein springer g5 jetzt kommt da wieder raus eventuell hier nach e6 könig b a2 will den spielen da mir ja hier muss ein bisschen aufpassen und so müssen rechnen ja ich hatte überlegt eigentlich will haa schwarz kann ich kurz probieren er kann mit dem turm nur lang aufhören und daher ist er nicht so darauf nicht das zu machen weil der könig dann immer noch schwach ist guck mal turm c1 hier wie gut er rechnet ja dama a4 geht nicht weswegen springer d7 schach könig a7 und jetzt denkt er läuft und dame c5 kommt gleich so viele probleme weil ich nicht komplett auf die weg dann gibt es eine falle man sollte nicht auf f7 schlagen weil überraschenderweise deckt der springer der springer deckt ja falle hat man auch nicht alle tage dass der springer auf a8 den f7 deckt springer b6 ist hier wahrscheinlich komplett gewonnen es gibt hier so motive mit matt an der stelle der turm irgendwie verschwindet ja also es war taktisch gewonnen ist aber das ist schon interessant dass man muss natürlich doch das alles rechnen das musste einmal durchrechnen für so ein spieler nicht so extrem schwierig aber natürlich sehen die idee f6 jetzt wird es konkret der springer hängt und jetzt fängt man so an zu brillieren und seine würde in den springer zurückziehen er macht ja vier gegen andere springer a3 das kann auch sehr schnell greift den läufer an dass er die lustige also er versucht maximal schlecht zu spielen springer das ist das thema der partie auf jeden fall maximal den gegner verwirren mit den springern also ich habe sogar mal gegen alle resa im titel zu sehen das habe ich mitbekommen da war ich glaube ich auch leid gespielt das haben wir alle im chat geschrieben ich habe gleich zugeguckt glaube ich so das nicht gespielt ich war ach du hast du hast hier und das stimmt super lange ja ja unglaublich ja ja mein größter erfolg natürlich so nicht ich erinnere mich so ein bisschen daran weil da hat er auch ganz komische züge teilweise machen ja er ist taktisch an unglaublich stark in diesen zeiten und phasen so stadt ist wahnsinn springer drei er wollte jetzt hier nicht nehmen weil warum eigentlich wenn man kann das ist gar nicht der zug zu senden finde ich ja sieben hier hier ist das läufer die fünf grad den turm an das müssen hinter gedanken dass man wie machen kann ist es wahrscheinlich okay ja ich gibt es das besser die schlicht und bisher stark aber das muss man erst mal spielen ja ich habe ja ein springer mehr hier die sache ist ja hier das hier achten das hier und läufer b6 kommt dann das ist das problem ja so turm ab 8 ist halt gefangen das ändert mich irgendwie ein bisschen an biel 2009 ja ja jetzt eine klassiker gelernt hier der junge mann ist sehr gut dabei tbg kennt also biel 2009 meine ich bitte checken biel 2009 m maxima schiller graf gegen alexander morosevic der leider gar kein schach mehr spielt ok springer hat rein damit sie zwei das droht natürlich hier und damit sie sieben dann springen mein gott damit sie sieben und springert sie sechs sofortigen ko beziehungsweise auch dauerschaft würde mir auch reichen für den stunden deswegen kann schwarz das nicht zulassen spielt locker d6 deckt jedes feld und jetzt hier laufen die drei und hier ich kann mich erinnern da waren im presse ja laufen drei verrückt wieso nimmt er hier nicht raus das haben wir uns dann überlegt so 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 das gewinnt einfach das muss alles gesehen haben und hier damit adam el5 ok die schwarze figuren schwarz hat eine figur mehr aber guckt euch das ist heftig das ist geil die weißen figuren harmonieren perfekt und die schwarzen figuren kann sich keine schlechte umfelde ausdenken für die verrückte stellung aber ich weiß nicht ob er das alles berechnet hat der zog halt läufer in drei sehr schnell und er ist unter zwei minuten inzwischen das ist also schon ein bisschen zeitnot er will den läufer nicht geben gegen den springer weil hier natürlich klar ja ja gut er muss natürlich dass das opfer berechnet haben ich ja aber der witz ist alle reser zu ganz schnell auch könig a7 20 sekunden der namen nicht raus f4 cemento sagt immer wieder leben sagt immer cemento also er mischt im prinzip englisch mit deutsch zement gibt es beim englischen gar nicht ich weiß nur ja ich weiß seit vielen jahren das ist gerne sagen wir haben auch manchmal training mit ihm das ist einer seiner lösungs ausdrücke sagt auch gerne internet so jaja cemento und er hat auch mal erzählt dass er gerne so so für trainingssession hat er gerne so ausdrücke die man so ein bisschen zur belustigung und guten stimmungen stimmungen schon mit ihm trainiert wir haben mit dem dsb letztes jahr haben wir in oberhof eine woche trainingslager gemacht wir haben auch einmal online mit dem training gemacht und sonst kenne ich ihn vom das erste mal kenne ich ihn von der juniorenwm 2017 in italien da hat er auch das erste mal winz den trainiert da ist halt der kontakt zwischen denen entstanden und seitdem kenne ich ihn eigentlich auch zurück zur platte ich muss kurz nachdenken turm d8 hier er will nicht nehmen also hier geht sowieso nicht nehmen wegen schach das ist jetzt natürlich offensichtlich wobei man kurz schauen muss der könig b8 das kann man im schlimmsten fall den läuft man kann man kann sogar nehmen kann sogar nehmen und gewinnt sogar hier auch das hier ja ich meine schwarz hat eine figur mehr aber springer auf h3 und springer auf h8 eigentlich kann man sagen weiß hat eine figur mehr ok turm d8 damit könig 8 möglich ist springer c54 jetzt kommen natürlich in zeiten und hier passiert etwas sehr sehr ungewöhnliches dame b5 bringt die dame raus und hier sei bei einer minute denkt relativ lange nach fast dame b3 drei sekunden gezogen ja und dann panik so ein bisschen und das ist ein fehler dame b3 hätte hier springer d6 gehen können zum beispiel der turm angreifen hier angreifen ja dann hat er immer noch die dominante stellung ja aber damit b3 ist eigentlich ein dicker fehler denn jetzt hätte ali resa laufer schlicht zu fünf spielen können und dann den springer schlagen und dann so so an denen im moment mit das beste ist damit wissen so von 25 hier hier ja schwarz hat eine figur mehr der witz ist die engine sagt das ist ausgeglichen ja dieser springer auf h3 ist immer noch gut der wird aber nicht gewonnen von weiß ich habe immer g5 g4 zur not ja oder oder sogar nehmen ja wird nicht gewonnen aber das steht halt darum und macht gar nichts also ich habe mal diesen ehefrei waren mit weiß aber ist natürlich verrückt dass es trotzdem ausgeglichen ist irgendwie ist natürlich überraschende steuerungsbewertung das gerade gerade ausgleich ist hier hätte sich die partie drehen können ja ja man sagt körperzeit ja also sein dicker dicker fehler eigentlich dieses damit wie drei hier ali resa aber zog nicht läufer schlicht c5 vor allem locker c5 ist sehr geradlinig oder ja wenn man den zug halt einmal in betracht sieht es halt ein bisschen überraschend dass man den rausschlägt und die ganzen ich weiß nicht wie ich das erklären soll also auf deutsch ja es lässt halt irgendwie ich weiß nicht normalerweise will man also zum beispiel wenn ich da b3 gekommen wird man den nicht gerne schlagen wollen weil es kommt um zu tun hier es kann man viele sachen mit tempo und der läuft auch die 6 ist halt die einzige figur die irgendwas macht von den leitfiguren aber hier ist mal konkret konkret ist es halt taktisch gut ok ali resa spielt das stattdessen dame schlicht a5 ja dachte so 18 sekunden nach oder so er dachte wahrscheinlich darm darf ich nicht tauschen weil dann habe ich immer noch die die probleme von vorhin könig b1 jetzt geht er zurück aber das ist wieder sehr schlecht weil dieses endspiel ist hat man halt den springer ein und schwarz kann den spring auf e5 schlagen und jetzt plötzlich der springer weg am ende wird eingesammelt ja wenn ich ja macht geht hier raus jetzt tot aber f5 oder ja es oder f5 aber weiß was schlicht hält auch den springer und hat halt immer noch ja die sache wenn der springer weg geht dann kommt ja sowas hier eventuell okay nimmt hier raus sagt sagt ja jetzt sage ich ja ja ich habe diese frei worden dass man auch den spieler fahrt ich habe zwei verbundene frei bohren springer b6 steht super bindet den turm auf die acht ich kann turm der 1 machen den d5 einsammeln das sieht ein großmeister sofort hier fünf die springer sich monstern kann es sein dass wenn ein springer im gegner schon lager auf e6 landet das ist fast ja der bestätig also wenn er einfach so rum steht und nicht angegriffen wird heftig noch ist mir auch schon in meinen partie noch ein bisschen randale aber der acht verhindert und sie sie aber nach turm c5 gab hier mister virus ja auch vielleicht ein bisschen früher hätte war gut okay was also die sache ist ich schlage auf d5 das ist fast macht sogar also nach könig 7 kommt auch mal läuft erzählen ich kann immer meinen geboren g4 g5 springer wegziehen die bauern laufen durch und spaß die schwarzen figuren haben gar keine züge okidoki das war unsere analyse der entscheidende bei die mangos gasen also im halbfinale trifft dort ich weiß gar nicht ob er trifft was wird habe jetzt nicht geguckt vorher leider wenn das eins gegen acht war zwei gegen sie mangos war und fünf mangos war fünf müsste abdus sattorov wenn eins gegen vier spielt abdus sattorov ist ein monster im chess 960 also ich weiß nicht du hast diese chess 960 wm in israel wahrscheinlich auch gesehen besser ich weiß nicht welchen platz er gemacht hat dritte oder vierte aber in der vorrunde da hat er alle besiegt hat jede partie gegen die form des sie gewonnen oder so ich kenne noch ich hab glaube ich auch im online qualifier der qualifier gegen ihn gespielt da hat man gemerkt hat irgendwie ziemlich talent gerade für chess 960 also nicht so überrascht dass der ich glaube der nordic pick hat überhaupt talent für schach kann man ja aber ist so ein bisschen unterschiedlich wäre gerade im chess 960 besser ist eine sehr schlechte für irgend für irgendwelche leute kommt das natürlich ja dir danke ich schon mal dass du dabei warst ist die zeit genommen hast und ich denke morgen könnte dann bruder hier auftauchen und dann schauen wir mal wer von euch beiden dass ihr besser gestaltet hat ja alles gleich danke dir viel spaß noch hier im weißen haus was muss und überhaupt viel glück und alles du bist immer noch am start du hast jetzt tatsächlich das gesamte video bis zum ende angeschaut daumen hoch und nicht vergessen kanal abonnieren falls es nicht gemacht hast